Die Definition für das hier klingt ein wenig kompliziert. Es ist eine charakteristisch geordnete zeitliche Folge als Gestalt aus Tönen. Sie ist durch die auftretenden Intervalle, die Richtung, deren Tonhöhe und ihren Rhythmus bestimmt. Tja, was könnte das sein? Nun, es steht ja schon hier. Es ist die Melodie. Die Melodie. Es ist die Melodie.